Bravo wird gesichert! Jo was geht euch Leute, Energize! Hier und heute gibt es mal wieder ein Call of Duty Ghost Gameplay Es ist schon etwas länger her als ich so etwas hochgegangen habe Es kommt zu Gloom eigentlich Ich habe jetzt halt echt nur all CDs hochladen Ich werde auch wahrscheinlich noch ein paar hier die nächsten Tage hochladen Aber es ist einfach mal so ein Update commentary Wie sieht es aus, Energize? Was gibt es so, was kommt auf uns zu in den nächsten paar Tagen Oder in der nächsten Zeit Also in den nächsten paar Tagen In den nächsten paar Wochen, Monaten Wahrscheinlich eher Es ist einfach so ein Update commentary Einfach hier gibt es aus mit PS4 Et cetera, et cetera, et cetera Also kommen wir mal ganz ganz kurz zum Gameplay Also ich weiß das Gameplay Ihr von euch wird wahrscheinlich anfangen zu heilen Ich meine keine Ghost-Szene Und ich sehe schon, man Ganz ernst Ich kann Ghost-Pro-Klan Kick so ein paar 100 Likes Kann man lassen Manchmal auch mehr Leicht eine andere CD hoch Kick doch auch mehr Likes Obwohl das Gameplay in sich halt viel schlechter ist Man merkt einfach sofort so Und Viele von euch die YouTube machen Ihr merkt wahrscheinlich auch Deswegen erzähle ich euch gar nicht Brauche ich euch hier gar nicht was zu erzählen Was ihr eh schon lange wisst Aber ist einfach so Ghost kann man sich echt mittlerweile nicht mehr geben 6 gegen 6 auf der Wie heißt das? Also Xbox 360, PS3 Ihr wisst was ich meine? Also die normale Die normalen Konsolen Also nicht PS4, Xbox One Aber Wie gesagt Kann man sich geben Das Gameplay ist nach 51 Jahren Gunstreak auf Freight Honey Badger ich glaub Äh ist das gewesen Ich bin mir da gar nicht so sicher Und warte mal schon Mein Kabel Okay So Honey Badger Und ja ich werde es einfach so zusammenschneiden Wie lange es kommt hier geht Ich habe keine Ahnung wie lange das Gameplay geht Ich werde Ich habe die Stationen wie gar schon geöffnet Aber ich habe mir das Gameplay gar nicht angeguckt Ich habe vielleicht noch mit Glück sowieso gezockt Ach kein Plan ey Ganz nett Die gibt eh keine Zoo Vielleicht ein, zwei Kollegen Jetzt auch keiner zu supporten Den selber aufkommen gegangen Honey Badger Wer kann was nicht sagen Scheiß Hode kassiert Und fertig Ich glaube am Ende ging es auch so richtig ab So Da habe ich voll viele Kills gemacht Ka hatten wir so Irgendwie Voll viel Glück mit den Spawns Aber Was soll immer Es reicht eigentlich so Zum Gameplay Und zwar kommen wir jetzt erstmal hier Wie ist es eigentlich aus hier mit PS4 Was los Und zwar Ich werde wahrscheinlich heute das Geld überweisen Kauft sich von so einem Abonnent mit einem kaputten Controller Also muss ich mir Ja Controller nochmal neu kaufen Also ich denke mal der Controller ist kaputt Also der hat es scheiße beschrieben Aber vielleicht geht der ja bei mir Also nur der Akku ist kaputt Also ich werde mal gucken Vielleicht geht es dann bei mir Äh und ja Überweil zu heute überweisen Vielleicht kommt es schon Freitag an Also jetzt hoffen es kommt Freitag an Aber ich habe echt null Bock mehr zu warten Ihr hört es vielleicht Aber ich bin heute irgendwie Voll gut gelaunt Auch irgendwie übelst schlecht gelaunt Also übelst angepisst Weil es gibt voll viele Sachen Die pissen mich einfach an Dazu komme ich gleich Und ja Also kommt auf einmal was ab Dann kommt es dann mit Glück Dann kommt es vielleicht schon Freitag an Höhe wahrscheinlich sogar Vielleicht sogar morgen Das wäre richtig geil Wenn ich morgen von der Schule komme Und dann boah PS4 liegt ja da Kann man direkt Dass mir ein bisschen Gorn versuchten läuft Aber wenn nicht Ist halt Freitag oder Samstag Geht eigentlich auch klar Aber Wäre natürlich gerne Wenn ich sie noch früher hätte Und was soll ich sagen Was ich machen werde auf PS4 Ja Natürlich nicht zocken Nur sie in der Ecke liegen lassen Und jetzt machen Nein Spaß Aber das ist nicht immer klar Ghost zocken Was ist auch sonst Und ich glaube ich werde erstmal Am Anfang Ich weiß nicht Ich habe nicht Ich habe mich einfach mal einzuspielen Wieder Ich habe schon länger Kein Ghost gezockt Seit die Demo vorbei ist Und ich habe auch gestern und heute Gar nicht mehr gezockt Weil mein Xbox Live Gold vorbei ist Abgelaufen Was heißt vorbei ey Oh mein Gott Satzbau wie ein Kindergartenkind Nein Spaß aber Falls ihr noch zwei Tage Für die letzten paar Tage Xbox Dann könnt ihr mir gerne senden Weil korrekt Ich werde euch noch ein paar Live-Counts machen In MV1 oder MV3 Ja MV1 oder MV3 würde ich dann wahrscheinlich noch zocken Aber wie gesagt Ich zocken dann wahrscheinlich dann Erstmal ein paar Runden 6 gegen 6 Wenn ich so viel SV habe Um mich einzuspielen Dann mache ich glaube ich Wenn ich so So ein paar basic Sachen freigeschaltet habe Weil ich glaube ich direkt Dinge zu zocken Ground War Eine Runde Und ich werde sie sofort live machen Die erste Runde Ground War einfach mal live Oh mein Gott Ich freue mich so sehr drauf Wirklich Was wir auch machen werden Ich werde dann nur noch auf Gameplay gegen Ground War Und suchten Und wahrscheinlich auf Clips zu der selben Zeit Weil einfach Rackgun Wahrscheinlich wird dabei Clips rauskommen Das kommt immer dabei raus irgendwie Bei Ghost kann man eigentlich auf Gameplay und auf Clips gehen So finde ich Also am besten Weil man nur auf Clips gekickt Natürlich mehr Aber man kann auch auf Gameplay gehen Und dabei zufällig Clips erspielen Das finde ich auch ganz geil Und ja Ich werde einfach auf Clips gehen für Montage Weil ich brauche echt noch viele Clips eigentlich Weil ich habe ja nie Clips gesaved Also gespeichert wie Ballers Und dann gehe ich halt einfach drauf mit Ballers Und ja Machen wir vielleicht noch das eine andere Duel 100 plus oder sowas Dann mache ich auf jeden Fall noch Kill Duell Sehr sehr bald Also ich würde es wahrscheinlich so Ich würde es ihm selber so vorschlagen Dass wir es machen so wenn er 5k hat was bald ist Und ich 30k was auch bald ist Ich bin auch 1400 davon entfernt Das kann man eigentlich noch machen Und in letzter Zeit läuft es echt gut Und was gibt es noch Bald kommt dann noch Vielleicht am Freitag am Samstag Kommt ein Duel-Kommentiert mit Barca Ja Wiska Barca Naja ich habe keinen wirklichen Bief mit euch Äh mit euch Mit ihm Also ich kann manche von euch denken das Weil ich ja ein paar Mal PS3 erreicht habe Aber das ist mir eigentlich auch egal mittlerweile Aber ne Ich habe kein Bief mit ihm oder sowas in der Art Ich habe keinen wirklichen YouTuber so richtig Bief Also was ich nicht hasse Ich hasse viele aber nicht so richtig extrem Ich habe kein Problem das ich so Keine Ahnung Ich will unbedingt ficken oder sowas Aber Ist jetzt auch Nebensache Und ja Genauso sagen Ja ich will auch mein XRG Account verkaufen Das einzige was ich euch noch unbedingt verkaufen will Und das sind euch Leute Äh 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 Jetzt keine Gipfel 200 Euro dafür Äh dafür Nur nebenbei Ich bin jetzt ganz ehrlich Ich habe von meinem ApoRG Account fast 300 bekommen Aber egal Ich will jetzt mein XRG Account schnell loswerden Also Wenn ihr den Tester habt Also sagen wir mal Wenn ihr 100 Euro habt Paypal Dann schreibt mir einfach sofort an 100 passt Ich will einfach schnell loswerden Ich kann nicht viel mehr verkaufen Die noch loswerden Aber ich habe jetzt keinen Bock zu warten Deswegen 100 Euro Wer zuerst bietet Mal zuerst Sagen wir es mal so Und Was gibt es noch zu sagen Bitte Das was ich mich voll abfragt Wieso ich nicht eine Ahnung habe Keinen Scheiß Ich habe ja gesagt so in den letzten paar Tagen Dass ich meine Sachen verkaufen will Ne ist ja verständlich Weil wozu brauche ich neue Xbox Nicht PC ab So viele Leute Habe ich angeschrieben Sagen ja ich gebe dir hier Keine Ahnung 500 für irgendwas Sagen wir mal 500 für dein Account oder so Sag ich so Ja geil ne Nehme ich natürlich an Was machen die Machen erstmal eine startende Konversation Und dann Sobald es zahltag ist Sobald mir der Tag kommt An dem wir abgemacht haben Ja sie zahlen Was passiert Oh tut mir leid Das hat mich doch unentschieden Sie wollten nur Meine Aufmerksamkeit erregen Und dann sich mit mir unterhalten Sind wir hier im Kindergarten? Wenn ihr mit mir schreiben wollt Geht auf meine Facebook Page Schreibt Energize das Bock zu schreiben Ich schreib fast immer zurück Ich schreib fast immer zurück Oh Energize hast du Bock zu quatschen Oh Energize Ich hab mal eine wichtige Frage an die Tür Mach das gerne Ihr müsst mich irgendwie Äh anschreiben Ja ich will das und das kaufen Für übertrieben guten Preis Aber dann am Ende Zahlt ihr doch nicht Oder ihr schreibt einfach gar nicht mehr zurück Sobald es zahltag ist Das ist einfach lächerlich Wenn ihr schreiben wollt Ganz normal dann schreibt Ihr schreibt nicht irgendwie Hier ich kauf das und das ab Und verschwendet meine Zeit um eure Nur dass ihr eine Konversation mit ihr führen wollt Ist doch erbärmlich Das war einfach nur Das liegt so auf Sorry aber das liegt echt auf Also 100 Euro x-energy Mit der PayPal Schreibt mich an Zwei-Tage-Score Wäre auch nice Und ja bald PS4 Ich kann es echt kaum erwarten Ich hab auch gar keinen Bock mehr auf C.O.D. Ganz im Ernst Ich weiß nicht worauf ich noch Bock hab Und ein bisschen snipen hier und da wäre auch geil Also in alten C.O.D. ist Bock auch noch Aber ja wie gesagt Kommt ihr nicht vergessen Und haut rein